Schatz, was machst denn du da jetzt schon wieder? Ich mache Europa besser. Hallo Freunde, hallo Verwandte, hallo Leute. Ja, ihr seht, ich bin weiter zu Hause, wie ihr wahrscheinlich alle auch. Eigene Verwände, nur vor die Tür, wenn es unbedingt sein muss. Ja, aber ihr wisst alle, meine Leidenschaft ist auch die hinter mir an der Wand hängende, nämlich Europa. Und wir von Vault Europa, wir haben den Gedanken von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einfach fortgeführt, während das von ihr so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Nämlich die Konferenz über die Zukunft Europas. Und diese Zukunft Europas soll und wird in Europa diskutiert. Es wird dazu Bürgerdialoge geben, es wird Veranstaltungen geben. Nur weiß noch keiner, wie das Ganze wirklich aussehen soll, nachdem Veranstaltungen im Moment gar nicht stattfinden dürfen. Deswegen lade ich euch ein, und zwar euch alle, auch egal wie cool ihr jetzt Vault findet oder auch nicht, macht bei unserer Umfrage mit. Ihr findet den Link direkt in der Videobeschreibung. Und es ist enorm wichtig, denn ihr könnt vom Sofa aus Europa positiv verändern. Denn wenn ihr diese kurze Umfrage, das sind etwa 5 Minuten, mitmacht, dann gestaltet ihr dadurch mit unser Programm. Denn das haben wir schon beim ersten Teil unseres Programms gemacht, durch sogenannte Zuhör-Touren, Listening-Tours. Und wir hören auf das, was uns die Menschen auf der Straße sagen und packen das in ein Programm. Und darum geht es auch um die neue Agenda festzusetzen, neue Prioritäten festzusetzen. Und das könnt ihr mit beeinflussen. Ihr könnt das mitgestalten. Und das Ganze, wie gesagt, vom Sofa aus, vom Klo. Oh, ja, viele sitzen ja auch vielleicht jetzt im Smartphone oder im Klo. Gar kein Problem und ihr könnt es positiv verändern. Füllt diese Umfrage kurz aus. Schickt sie an Freunde und Bekannte in ganz Europa weiter. Denn wir stellen diese Fragen allen in Europa. Und wir hören euch zu, wir packen uns ein Programm und damit wollen wir die Politik in Europa weiter verbessern und reformieren. Und wie kann man also viel einfacher mitmachen als bei dieser Umfrage vom Sofa aus? Gestalte Europa mit, teile diese Umfrage und Rotwort. Sag mal, wo bist du? Hier im Klo. Ich lese auch noch das Programm. Das ist echt gut. Ich lese auch noch das Programm.